hallo herzlich willkommen heute zeige ich ihnen was ich bedruckt habe was das bedeutet so viel zahlen das ist die idee ist nicht von mio sondern eine daumen wollte alle geburts jahrgang auf t-shirts bedrucken für verschiedene personen und so sieht das aus von 1937 bis bis 2016 alle geburtstage sind drauf also das sieht so fantastisch aus das ist ganz große t-shirts ganz große herr so sieht das aus genial druckverfahren die bestellung ist sehr einfach man kann einfach die jahrgang schreiben und so sortieren wie man das gerne hätte und per e mail zu stellen und wir können das einfach bedrucken so sieht das aus das ist natürlich zu erwähnen 40 grad waschbau man kann die t-shirts umdrehen aber nicht tompeln so das ist die arbeit von mir heute und bis zum nächsten video